Musik Moin Moin und herzlich willkommen. Wir sind hier heute in Ahrensburg, genauer gesagt in der Hamburger Straße. Nur wenige Gehminuten entfernt von der Fußgängerzone und auch der Ahrensburger Bahnhof ist nur einen Katzensprung entfernt. Hier entsteht derzeit das Bauprojekt Uptown Living mit insgesamt 106 Miet- und Eigentumswohnungen. Aktuell gibt es schon eine Menge zu sehen. Wir befinden uns mitten im Bauprozess. Der Rohbau ist in Kürze sogar fertiggestellt. Um Ihnen einen Eindruck zu geben, was Ahrensburg alles zu bieten hat, nehme ich Sie heute mal mit auf eine kleine Fahrradtour. Wir starten in der Fußgängerzone und die ist wie gesagt gleich um die Ecke. Also los geht's! So, hier sind wir jetzt in der Fußgängerzone und wie man sehen kann, ist ja alles, was man sich wünschen kann, direkt vor Ort. Supermärkte, Cafés, Restaurants und weitere Einkaufsmöglichkeiten. Doch auch für Familien ist einiges geboten. Kitas, Schulen, Spielplätze, Sport- und Freizeitmöglichkeiten. In Ahrensburg mangelt es an nichts. Und vor allen Dingen ist alles ganz easy, per Fuß oder mit dem Rad erreichbar. Schön, dass das geklappt hat. Ja, gerne. Frau Möller, ich habe den Eindruck, Sie fühlen sich in Ahrensburg unheimlich wohl. Was ist es, das diese Stadt ausmacht und was macht am Ende Ahrensburg so lebenswert? Ja, ich habe jetzt seit sieben Jahren das Glück, hier in Ahrensburg leben zu können. Habe es mir damals ausgesucht, aus dem Landleben kommt und ich wollte eine Stadt mit Flair haben, mit Leben drin. Wir haben Vereine, wir haben Tennisclubs, wir haben Kultur, den Marsdal um den Schlosspark herum, wir haben Lesungen, Konzerte, da nicht zu verachten, die ganzen Geschäfte oder auch der tolle Wochenmarkt zweimal in der Woche. Ja, vielen Dank für die Eindrücke, die Sie mir verschafft haben. Das hat Ahrensburg auf jeden Fall lebhafter und greifbarer für mich gemacht. Und wir gehen einfach mal im nächsten Schritt zum Ahrensburger Schloss, denn das ist das größte Highlight, was man in Ahrensburg kennt. Von unseren Uptown Living Wohnungen zu Fuß sind es gerade mal 20 Minuten. Mit dem Fahrrad ist man sogar in fünf Minuten schon da. Das Schloss Ahrensburg wurde im 16. Jahrhundert erbaut und gilt mit seiner schneeweißen Fassade als eines der schönsten Renaissance-Schlösser Schleswig-Holsteins. Heute ist es Museum und Veranstaltungszentrum und der Schlosspark bietet sich für weitläufige Spaziergänge im Grün an und wir sind mitten in der Stadt. Wer die Natur genießen will, hat auch im Ahrensburger Umland sehr gute Karten. Es gibt mehrere Naturschutzgebiete in der Nähe, sowie den Bredenbeker Teich mit seinem familienfreundlichen Strandbad. Und an der Ostsee oder im Biosphärengebiet Schalsee ist man mit dem Auto in weniger als einer Stunde. Uptown Living besteht aus insgesamt 52 Eigentums- und 54 Mietwohnungen, verteilt auf insgesamt fünf Gebäude. Das Gebiet ist großzügig gestaltet mit zahlreichen Grünflächen und Aufenthaltsbereichen, einer Tiefgarage und diversen Spielmöglichkeiten. Alle Wohnungen sind überdurchschnittlich hochwertig ausgestattet. Mit offenen Wohn- und Essbereichen, Fußbodenheizung, großzügigen Terrassen bzw. Balkonen. Die Gebäude sind nach KfW 55 Standard gebaut und werden über ein Blockheizkraftwerk energiesparend beheizt. Aufzüge in fast allen Gebäuden sowie Video-Gegensprechanlagen und weitere tolle Ausstattungshighlights machen Uptown Living zu einem besonders attraktiven Bauprojekt. Doch was die Wohnung zu einem wirklichen Zuhause werden lässt, ist die einzigartige Lage und die perfekte Infrastruktur. Gleich gegenüber ist der Ahrensburger Bahnhof und wenn man will, ist man in knapp 20 Minuten in der Hamburger Innenstadt. Aber fragt man echte Ahrensburger, sagen die, das ist überhaupt nicht nötig. Das Schloss, die charmante Fußgängerzone und die abwechslungsreiche Umgebung ist doch schließlich alles, was man zum Leben braucht.